Ja, wir sind jetzt hier in dem Trägenmarkt, da gibt's Sachen für Valentinstag, das ist Herz kostet 30, das gibt's ehemal in Rot und ehemal in Weiß, das gibt's denn noch, die kosten sieben und das soll ein Bär sein oder was, der kostet 40, 40 Teurer, da oben kann man es noch eher als Bär erkennen, hier der da, schön, aber so viel Geld gebe ich dafür nett aus. Kilo Kartoffeln, 24 Kronen, also knapp überm Teurer. Ja, da gibt's die Bärner nochmal in Klein für einen Zwanni. Und Osterhasen, 13 Teurer, ja die Preise sind ja auch teilweise im Toro mit. Und da hat man nochmal die Bären hier. Schön sind die schon, aber das ist nicht so viel, für sowas. So, jetzt sehen wir, jetzt in der TK, ab Teurer. So, kitty. 46 Kronen. Ja, das wird mir jetzt schon zusagen, ja. Dann haben wir uns wieder mit Süßigkeiten vollstopfen, jawoll. Was kosten die? 920 Kronen. Ne. 150 Kronen. Dobra Voda. Ja, dann schauen wir mal weiter noch. Auch für die lieben Kirchen gibt's hier. Das kostet das Öl. Das billigste, 34 Kronen. 24 Kronen ist ungefähr ein Teurer. Da steht's ja, guck, ins 45 Kronen. Was ist denn das? Was ist denn das? Guck, hier haben sie die Teurer in groß gestrieben und die Kronen klein und hier haben sie es genau umgekehrt. Kronen in groß und teurer in klein. Das lässt man total verwirrt. Da wissen wir nie, was ist jetzt was. Aber für sieben, sieben für so ein Schlechte, das geht eigentlich noch. Da kann man jetzt nicht meckern. Gibt's meinen Florener? Nein, kein Florener. Kein Florener Schaum. Ich wüsste, warum es denn nirgendwo gibt den Schaum. Da ist die Tabakabteilung. Das interessiert mich jetzt allerdings nicht. Gehen wir mal zum Florener. Hier Pralinen für Valentinstag. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann ich diesem Video, äh, der Valentinstag ist. Wann? Am 14. Februar, ne? Heute ist der 11. Februar. Hallo Loll, brauche ich auch nicht. Ich finde das Backzeug nicht. Aber gut, okay. Hier ist Backsache. Was haben wir hier? Nudeln. Das ist klar. Sind das richtig im Asiomarkt? Jetzt schauen wir uns nochmal hier bei den Schuhen ein bisschen um. Was kosten denn die Träter hier? 18. Na, der ist schön. 18 ist jetzt gar nicht so teuer, ne? Ja, und der nächste Sommer kommt bestimmt. Gestern war es ja schon mal fast Sommer. Da hat man 16 Grad. Und sonnig. Was kosten? Der steht gar nicht dabei. 375 Kronen. Puff. Da guck, 15. Guck mal. Messer für die Küche. 15 Euro. Und hier noch als Block. 3,79. 15 Euro. Solange der die Flasche. Und hier sind jetzt alle, fünf. Aber mal fest. Ja? Hier ist es die Flasche mit der Flasche. mal bin ich froh, dass ich nicht rauche bei den Preisen, bin ich froh, dass ich nicht rauche, wenn ich die Preise da sehe und das sind jetzt schon die billiger.